Hat Thomas Tuchel das wirklich zu den Bayern-Profis gesagt? Sky-Reporter Riccardo Basile, der hat jetzt in einer Sky-Talk-Runde enthüllt, was Thomas Tuchel in der Bayern-Kabine nach dem verlorenen Spiel gegen Bayer Leverkusen zu den Bayern-Stars gesagt haben soll. Und zwar soll er gesagt haben, ihr seid nicht so gut, wie ich annahm, dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen. Und das ist echt schon ein echter Hammer, also das ist ja fast nicht mehr zum Lachen. Das kann doch ein Trainer nicht ernsthaft zu seiner Mannschaft sagen. Aber ja, genau das soll Thomas Tuchel nach dieser herben Niederlage gegen Leverkusen gesagt haben. Ob er auch noch was Lustiges oder was Hartes nach diesem verlorenen Spiel gegen Lazio Rom gesagt hat, das bleibt mal weiterhin offen. Aber ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr zu solchen Aussagen von Thomas Tuchel in Richtung seines Teams?